Servus liebe Head-Head-Leser, liebe Community, hallo an die Aktien mit Cop-Fans und danke an diesen wunderschönen jungen Mann, der heute neben uns sitzt. Servus. Hallo, wie geht's? Ja gut, danke Collier, dass du die Zeit nimmst. Ist ein spannendes Projekt, wo wir uns mit coolen, tollen Persönlichkeiten unterhalten und du begleitest mich bzw. uns jetzt doch schon ein, zwei Jahre geschäftlicher Natur und wir freuen uns extrem, dass wir heute ein paar Tage in Seefeld sind. Erzähl mal bitte allen, die nicht so kennen, wer du bist, was du machst, eine kleine Vorstellung. Danke dir. Ja, ich bin Collier Barkhorn, bin 36 Jahre alt, also danke für das Kompliment mit dem jungen Mann und bin hauptberuflich eigentlich YouTube-Produzent und helfe auch ein paar anderen YouTube-Kanälen noch zu wachsen, das ist jedenfalls das Ziel. und bekannt bin ich eigentlich vor allem durch diese Mit-Kopf-Kanäle, wo man halt versucht, Finanzen aus komplexen Situationen einfach zu erklären, damit sie tatsächlich auch praktisch umsetzbar sind. Ob es jetzt im Aktienbereich, im Immobiliensteuernbereich oder halt sowas wie Reselling ist zum Beispiel. Genau. Und das ist eigentlich so das, was ich mache. Danke dir. Du hast einige Unternehmensbeteiligungen und so weiter. Da kommen wir aber später noch drauf zu sprechen, auf die unterschiedlichen Projekte, die du jetzt schon geteasert hast. Erzähl uns mal kurz, was ist dein Weg, Collier? Wie kommst du dahin, wo du heute bist? Du bist einer der größten Aktien-Youtuber im deutschsprachigen Raum, hast eine irrsinnig große Fanbase, aber das war natürlich nicht immer so. Willst du uns mal ein bisschen zurücknehmen, Abitur mit 18, 19 und was war dann so dein Weg? Abitur, genau. Gerade so geschafft, mit halber Arschpacke, sagt mein Vater. Und dann Bundeswehr zwei Jahre und dann direkt danach eigentlich eine Ausbildung gemacht zum Fitnesstrainer und parallel aber meine Leidenschaft entwickelt fürs Filmen. Also so eine Kamera, die waren damals noch nicht so modern wie die da, geholt und im Panzer bei der Bundeswehr installiert und einfach so ein paar Sachen mitgefilmt, um so eine Erinnerung zu haben. Und dann damals ist, als ich aus der Bundeswehr raus bin, gerade YouTube entstanden. Und es ging los, dass man so seine Clips, die man irgendwo aufnimmt, teilt mit anderen Leuten. Und das habe ich dann eben auch getan. Und das war so der Start in diese ganze Online-Szene, 2006 so ungefähr, oder vielleicht sogar 2005, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 2006. Genau, und parallel habe ich einfach versucht, mich selbstständig zu machen als Fitnesstrainer, habe meine Ausbildung da gemacht und so. Und ja, ist jetzt ein sehr langer Weg mit Höhen und Tiefen, aber YouTube habe ich eben von Anfang an, kann man sagen, mitgemacht und habe den ganzen Entwicklungsprozess immer wieder auch so miterlebt live. Und deswegen konnte ich dann halt einfach immer so sehen, okay, welche Themen sind denn da sehr beliebt und habe mir da ein Tutorial angeguckt und so, wie er sich rasiert hat und solche Sachen, die am Anfang dann schon sehr beliebt dort waren. Und genau, habe dann einfach so meine eigenen, darum geht es ja bei YouTube auch, seine eigenen Leidenschaften mit anderen Leuten zu teilen. Einfach zu zeigen so, hey, was interessiert mich selber? Was möchte ich mit anderen Menschen irgendwie teilen oder möchte ich irgendwas beibringen? Möchte ich sie unterhalten? Möchte ich mit ihnen gemeinsam was erleben als Reisevlogger oder was auch immer? Genau, also sehr viel rum experimentieren. Und das ist ja auch das, was man mit so einer Videokamera eigentlich super machen kann. Genau, du bist ein Mensch, der eigentlich immer das gemacht hat, was er wollte, sag ich jetzt mal. Du hast immer deine eigenen Systeme gebaut, bist recht unabhängig. Nimm uns nochmal, bevor wir über YouTube sprechen, das wird sicher ein ganz großer Komplex von uns im heutigen Gespräch sein, nehmen wir uns nochmal zurück zu deiner Entscheidung zum Bundesheer zu gehen. Du warst dort zwei, drei Jahre. Warum hast du das gemacht und warum hast du dich dann auch relativ schnell wieder verändert? Ach so, ja, das war halt so die erste rebellische Phase, sag ich mal, wo so der klassische Weg, Gymnasium, Abitur und dann wäre es halt eben Studium gewesen für den normalen Werdegang und ich hatte einfach keine Lust drauf, weil du sitzt, ich sage immer, du sitzt eigentlich nach dem Kindergarten, der noch sehr interaktiv meistens ist, war es jedenfalls bei uns, sitzt du halt eben von der Schulbank bis hin zur Studentenbank bis hin zu irgendwann deinem Sesselfurzjob im Büro, sitzt du halt eigentlich den ganzen Tag irgendwo rum und kriegst nicht so viel vom Leben mit. Das Einzige, was du irgendwie wirklich mal vom echten Leben mitkriegst, ist, wenn du im Urlaub bist oder wenn du irgendwo ein Praktikum machst. Dann gab es aber damals ja noch die Wehrpflicht und auch den Einberufungsbescheid und ich habe da so einen Zettel von bekommen und das war irgendwie so auf eine Art und Weise formuliert, die mir irgendwie zugesagt hat. Von wegen, Junge, tanzt mal hier an, irgendwo in Ost-Berlin und dann zur Musterung und dann bin ich hin zur Musterung und es hat mir von Anfang an einfach extrem gut gefallen, so dieses schneidige Ordnung und Disziplin und so, das hat mir extrem zugesagt und dann habe ich halt so sehr viel Gegenwind bekommen von Mitschülern, von auch teilweise Lehrern, das wurde auch diskutiert dann und von Eltern und so und je mehr die so gesagt haben, wie sinnlos das eigentlich ist, desto mehr habe ich eben Bock drauf gehabt, kennst das ja. Und vor allem ist das so deswegen so interessant, gerade für einen jungen Menschen, dass du zum ersten Mal wirklich selbst eine Entscheidung triffst in deinem Leben und auch merkst, jetzt bist du volljährig und jetzt kannst du deine eigenen Entscheidungen treffen und das ist halt ein tolles Gefühl und das war eigentlich so eine Art Aufbruchsstimmung für mich. Genau und so bin ich da hingekommen und dann habe ich sogar dann noch verlängert, also war insgesamt zwei Jahre da und war eine tolle Zeit, ja. Du hast unbedingt die Verteidigungsministerin Deutschlands ein bisschen kritisiert, durch den Kakao gezogen. Möchtest du noch einen Satz dazu sagen, wie das Bild heute vom deutschen Bundesherr und der Rüstung aussieht und wie damals auch der Umgang war, hat sich ja irrsinnig viel verändert, vor allem durch die politische Debatte, sag ich mal. Ja, also genau, bei uns heißt es übrigens Bundeswehr, aber ist egal, ja. Genau, also ich, also viele haben da immer gesagt oder das in falschen Heiz bekommen, so von wegen, ich könnte nur nicht damit umgehen, dass da eben eine Frau Verteidigungsministerin ist, aber darum geht es überhaupt nicht, sondern es ging darum, nur dass sie halt so sehr politisch ist und nicht mal die Dienstgrade, also Kante und das Erste, was man in der Grundausbildung lernt, sind die Dienstgrade und es ist jetzt keine Sache, die sonderlich schwer ist oder so, aber sie hat das ja so hingestellt, als ach, da muss man ja nur den Namen wissen und selbst die Generäle, denen sie auf dem Flur begegnet, grüßt sie nicht mal. Und der Punkt, den viele Leute nicht verstehen, ist, dass es ja auch mit Respekt in der Truppe zu tun hat. Also wenn du, das ist ja eine Sache, die Führungskompetenz auch bedarf. Da geht es nicht nur um inhaltliches Know-how oder irgendwelche Dokumente richtig abzuheften oder irgendwelche bürokratischen Themen oder irgendwie politisch irgendwie eine gute Rede zu halten, sondern es geht ja darum, dass du Respekt in der Truppe und in der Bundeswehr bekommst und den bekommst du ja nicht dadurch, indem du das Führungspersonal der Bundeswehr nicht mit Respekt behandeln kannst, oder? Also das ist jedenfalls meine ganz, ganz wichtige oder ganz zentrale Meinung. Ob die wichtig ist, können andere entscheiden. Aber damals war es eh noch eine ganz andere Zeit, weil es halt noch die Wehrpflicht gab. Da hatte die Bundeswehr eben noch entsprechend auch eine Menge an Angebot. Und jetzt ist es ja so, dass sie einen Mangel hat an wirklich Leuten, die dort eben hinkommen. Und ja, das herrschte damals noch ein anderer Ton als jetzt. Und das Ergebnis sieht man ja leider jetzt aktuell sogar in dieser Situation, wo man jetzt auch sagt, okay, man muss jetzt 100 Milliarden investieren. Nur, das ist jetzt auch wieder so das Ding, 100 Milliarden einfach irgendwo raufwerfen auf ein System, was an sich aber nicht wirklich darauf ausgelegt ist, eine moderne, kampferfahrene sozusagen Streitmacht aufzustellen, worum es ja eigentlich geht, die eben auch für Sicherheit sorgen kann. Dann bringen die da die 100 Milliarden meiner Meinung nach auch nichts. Also ich finde, ich habe eigentlich überhaupt gar nichts gegen diese ganzen Gleichstellungssachen und ich finde es auch gut, dass mehr Frauen in die Bundeswehr kommen und so. Ich bin da ein absoluter Fan von. Nur man sollte halt eben, wenn man jetzt das Ein-Mann-Verpflegungspaket oder wie auch immer es heißt, das die EPA irgendwie umnennt in Ein-Personen-Verpflegungspaket, das sind alles Sachen okay, aber man sollte ja trotzdem die Basics auch mit dabei haben, oder? Das heißt, wenn jetzt die Bundeswehr dich fragt, Kolja, übernimm bitte das Marketing, lass uns die Bundeswehr für die jungen Leute wieder sexy machen, damit smarte, starke Köpfe sich für die Sicherheit der Nation hergeben. Ja. Auf jeden Fall. Das ist ja das Lustige. Ich hatte ja damals durch diesen Kanal einen Bundeswehrkanal, der extrem viele Views auch generiert hat und viele, viele Leute haben damals mich angeschrieben und haben gesagt, ey, das ist so lustig, wie du das darstellst und ich gehe jetzt auch zur Bundeswehr und ich mache jetzt keinen Zivildienst und ich mache jetzt halt Bund und so. Aber der wurde halt irgendwann von YouTube gelöscht, der Kanal, weil er halt ein paar Sachen, muss ich ja zugeben, auch... Also da waren halt so ein paar Sachen dabei. Natürlich kann man sich vorstellen, die jetzt auch nicht unbedingt im Sinne des Ansehens der Bundeswehr förderlich waren. Ja, also wenn du halt irgendwie betrunken über die Hindernisbahn rennst und solche Sachen, das ist halt... Das ist halt nicht unbedingt so, dass es gesellschaftlich gut ankommt. Ja. Top. Ja. Warum bist du von der Bundeswehr weg und was waren deine nächsten Schritte? Du hast sicher schon sehr körperlich viel trainiert, warst irre fit. Ja. Fitness dürfte da immer schon ein Thema für dich gewesen sein. Was war der nächste Schritt nach der Bundeswehr? Ja, da kam erst mal so eine Selbstfindungsphase wieder irgendwie. Also ich wusste nur, dass das, was ich jetzt erst mal so dort lernen konnte und wollte, ich jetzt erst mal so gelernt habe. Und war auch so ein bisschen irgendwann dann so abgenervt von so ein paar Kleinigkeiten. Und deswegen dachte ich mir, okay, jetzt muss ich halt irgendwie wieder weitermachen. Und wusste aber dann ehrlicherweise nicht so wirklich, was ich tun soll. Und ein Kollege dann noch vom Bund meinte, so bei ihm in der Nähe gibt es so eine Schule, die so Fitnesskurse und so anbieten. Und da habe ich dann meine B-Lizenz gemacht. Und habe dann einen sehr, sehr, sehr schöne Grüße an Jörg, coolen Dude kennengelernt. Der war mein Dozent unter anderem dort. Und zwar so jemand, der, kann man sagen, wie so eine Art Mentor, mich für ein paar Monate so begleitet hat durch diese B-Lizenz. Und dann mir auch so gezeigt hat, wie man zum Beispiel sich ein Standbein als Personal Trainer aufbauen kann. Und das war so dann mein nächster Schritt, Fitnesstrainer zu werden. Du warst dann einige Jahre später, bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch recherchiert oder im Kopf habe, einer der größten Fitness-YouTuber im deutschsprachigen Raum. Du hattest über 100.000 Abonnenten. Wie war dieser Prozess von, okay, du machst diese Lizenz, du entdeckst die Fitness für dich und das Personal Training mit deiner Leidenschaft fürs Filmen, für den Content zu verbinden und dann eben in YouTube groß zu werden? Genau, ja, also das war wirklich, da hat einfach eins zum anderen perfekt gepasst, weil, und dummerweise bin ich eigentlich recht spät eigentlich dazu gekommen, weil da gab es erst mal, ich habe zwar noch diese paar Bundeswehr-Videos und solche Sachen da hochgeladen, aber wirklich mit Fitness-YouTube angefangen habe ich erst 2011, also sehr viel später, fünf, sechs Jahre später oder so, weil ich erst da wirklich auf den Trichter gekommen bin. Und zwar, ich habe halt, es lief halt im Personal Training nicht so, dass ich halt sehr gut davon leben konnte, sondern ich habe halt immer so basically von der Hand in den Mund gelebt, ja. Und dann habe ich halt, weil ich halt nicht genug Kunden hatte, habe ich halt noch angefangen in diversen Fitness-Studios auch zu arbeiten und dort hast du halt einen sehr sich wiederholenden Ablauf ständig. Also, Fitness-Studio-Gast kommt rein, Begrüßung, Trainingsplan erstellen, Übungen durchgehen, fertig. Ein bisschen noch über Ernährung quatschen, fertig. Es ist also immer wieder das Gleiche und auch wenn es viele Menschen, die glauben, sie wären höchst individuell körperlich gesehen, ist es so, dass zu 90 Prozent eigentlich jeder Trainingsplan ungefähr gleich aussehen kann von den Grundübungen her und so. Und das wiederholt sich halt immer wieder, immer wieder, wieder. Und jemand, der irgendwie so was produktiv machen will, der ist irgendwann genervt von Sachen, die sich immer wiederholen. Und ich habe dann einfach angefangen, so Videos zu drehen für die Leute im Fitness-Studio und habe gesagt, ja, ich habe zu diesem Ernährungsthema oder ich habe zu den und den Sachen schon Videos erstellt, guck dir die bitte an, weil dann können wir jetzt hier zusammen trainieren und die wichtigen Sachen machen und so ging das dann los. Und ich habe halt gemerkt, okay, du kannst halt als Fitnesstrainer so und so viele Leute pro Tag und pro Stunde trainieren. Und auf YouTube ist es natürlich auf einmal eine ganz andere Sache. Da gucken dann tausend Leute das Video auf einmal. Und dann denkst du dir so, wow, krass. Und das, wo es dann so richtig Klick gemacht hat, war, wo ich einen Anruf bekommen habe dann von einer Firma, wo der Chef so ein Video gesehen hatte, wo ich irgendwie so einen Strandfigur-Shake zubereitet habe. Und der meinte halt so, ja, das finde ich total cool und so und kannst du nicht mal hier vorbeikommen. Und dann habe ich für die, für so ein Messe-Video, halt ein Video gedreht dort bei denen. Hat tierisch viel Spaß gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal auch so wirklich mal Geld verdient, so kann ich sagen. Und das war der erste Moment, wo ich so gedacht habe, hey, dieses One-on-One-Personal-Training ist vielleicht gar nicht das Einzige oder das, was ich unbedingt langfristig machen will. Vielleicht gibt es da ganz andere Sachen noch, die man machen kann, ja. Genau. Aber ich war bei weitem nicht der größte Fitness-YouTuber, das muss ich wirklich klarstellen. Da gab es ganz andere noch und so. Schöne Grüße an alle. Aber es war eine sehr, sehr spannende Zeit, kann man sagen. So zwischen 2011 und 2015 so. Das war wirklich, kann man sagen, auf YouTube auch insgesamt so die Welt des Fitness und so. Ja, da schossen die alle wie Pilze aus dem Boden. Und darauf habe ich dann mit zwei anderen Leuten auch richtig ein Unternehmen eigentlich aufgebaut. Auch mit Mitgliederbereich, mit eigener Software für Ernährungspläne und mit eigenen Büchern und also ganz vielen verschiedenen Sachen, ja. Auch Energydrinks haben wir zum Beispiel versucht zu produzieren und so. Das war alles eine spannende Zeit, ja. War dann auch da wieder so, dass du einfach nach ein paar Jahren gesagt hast, hey, du hast das Game quasi durchgespielt, du möchtest was anderes machen. Und es war wieder so ein bisschen eine Selbstfindungsphase, Sinnkrise, sag ich mal. Oder war einfach dann dein Interesse für das nächste große Ding so groß, dass es einfach dir wichtiger wurde und du gesagt hast, okay, du gehst in ein anderes Thema all in. Weil eigentlich klingt es so, als wärst du sehr erfolgreich gewesen mit Mitgliederbereich Bücher und du warst einer der größten YouTuber, sag ich, du warst ein großer YouTuber. Warum hast du dann den nächsten Schritt gemacht in eine ganz andere Richtung eigentlich? Also ja, das stimmt. Tatsächlich kann man sagen, es war erfolgreich. Ich hatte auch zwischendurch viele andere Sachen mit Filmkommunitoren. Ich habe noch parallel dann angefangen an der SAE in Berlin Film zu studieren und habe mit vielen Leuten dort auch parallel immer mal an kleinen Projekten gearbeitet und an kleineren Sachen und das war dann immer mehr oder weniger nicht erfolgreich. Das heißt, auf eine Sache, die dann wirklich, wo man sagen kann, ja, das war erfolgreich, kamen halt immer auch viele Sachen, die irgendwie nicht funktioniert haben. Jetzt ganz normal, das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Und es war so ein bisschen aus allem. Also einerseits habe ich irgendwann gemerkt, okay, dieses Thema Fitness wiederholt sich. Du kannst nur so und so viele Low-Carb-Videorezepte und Trainingspläne und Übungen zeigen. Irgendwann hast du alle Variationen des Bankdrückens zum x-ten Mal gesehen und alle anderen Kanäle haben es auch schon x-mal hochgeladen und der menschliche Körper ändert sich nun mal nicht. Ja, großartig. Der Bizeps ist immer der Bizeps und so weiter. Und das hat mich dann irgendwann vom Thema nicht mehr so interessiert. Und auf der anderen Seite hatte ich auch so ein paar Differenzen mit meinen Mitgründern. Und so habe ich einfach dann gesagt, okay, ich kann ja zusätzlich mal schauen, ob ich mich nicht vielleicht noch so ein bisschen unabhängiger wieder mache von einfach dem Zusammenspiel mit zwei anderen Menschen, die eben zu genau 33 Prozent da mit drin stecken. und habe halt eben einfach geguckt, was macht mir noch Spaß, was interessiert mich noch. Und das war halt eben auch dieser Investment-Bereich, den ich 2009 zwischendurch durch Zufall entdeckt habe. Und das war dann ein Thema, das dir immer im Hinterkopf war, wo du hin und wieder gelesen hast und dann all-in gegangen bist nach der Fitnesszeit oder hast du noch einen anderen Job gemacht, hast du noch anders gearbeitet in der Zwischenzeit oder wie war dann so die nächsten Jahre? Eigentlich habe ich immer alles gleichzeitig irgendwie gemacht. Also irgendwie Personal Trainer im Fitnessstudio gearbeitet, dann irgendwelche Videos gedreht und gleichzeitig irgendwas mit Investments halt schon selber gemacht, aber so wirklich darüber nachgedacht, dass man ja das auch auf YouTube mal bringen könnte, das war auch erst wieder sehr viel später. Also erstmal war ich da wirklich in diesem Fitness-Thema komplett drin und ich habe zwar selber privat auch investiert und so dann, aber habe da nicht den Gedanken gehabt, irgendwie darüber was zu bringen oder so, weil das passt ja auch gar nicht zum Thema, ne? Also man sollte auch, finde ich, mal einen Fokus haben eine Weile lang, bis eine Sache funktioniert, ja. Und dann Ende so 2013, 2014 dann irgendwann habe ich dann endlich mal auch so viel Geld verdienen können, dass ich auch was zurücklegen konnte, immer mal wieder und so. Und dann habe ich halt so auch ein bisschen Freiraum mir geschaufelt und konnte auch mal sagen, okay, krass, was gibt es eigentlich noch so zu tun, ne? Oder was gibt es noch für Möglichkeiten? Und es gab auf YouTube nichts im deutschsprachigen Bereich großartig, was die Behörde so dargestellt hat, wie es für mich sinnvoll und rational war. Und das war dann die Entscheidung zu sagen, okay, mache ich meinen eigenen Kanal, lad zwei Videos auf dem Fitness-Kanal hoch, wo ich das bisschen promote und schauen wir einfach mal, wie viel das interessiert, ja. Und es waren dann vielleicht so 1.000, 1.500 Leute, die gesagt haben, ja, okay, schauen wir uns mal an. Und, äh, genau. Ich weiß noch, das Video damals, da habe ich irgendwas gesagt von, ja, du musst halt als Fitness, wenn du an Fitness interessiert bist und gesunde Ernährung, ja, der Apfel liegt da vorne, weiß nicht, ob man ihn sieht, ähm, dann musst du Verantwortung übernehmen für deinen Körper, ne? Und genauso ist es eigentlich bei den Finanzen, ja. Du gibst die Verantwortung nicht beim Bankberater irgendwo ab, so wie beim Arzt dir eine Gesundheit, sondern du übernimmst selber die Verantwortung, genau, das war so der Aufhänger. Das ist jetzt sechs, sieben Jahre her, acht Jahre her? Ja, so acht Jahre. Und das war dein Hauptfokus die letzten Jahre. Genau. Wie war das von 1.000 Abonnenten zu jetzt 300.000 zu wachsen, die Community wachsen zu sehen? Ähm, erzähl noch kurz, weil die ersten Monate sind ja oft frustrierend, ne? Du beginnst mit einem YouTube-Kanal, es tut sich vielleicht wenig oder er wächst sehr langsam. Gab es da irgendwelche Videos, die viral gingen oder Momente, wo du vielleicht Kollabos hattest, die so alles verändert haben? Oder war es einfach wirklich langsame, nachhaltige Arbeit und das hat dann Früchte geerntet? Ja, also eigentlich so, wie du es als letztes gesagt hast, eigentlich so langfristige Arbeit. Immer, du darfst halt nicht nachlassen, du musst immer weiter produzieren, irgendwas machen. Und mal wächst es halt schneller, mal wächst es wieder langsamer. Und solche Phasen gibt es jetzt auch immer. Also 2020 war eine Phase, wo es zum Beispiel schneller gewachsen ist als jetzt bei mir, ja? Und es gibt immer wieder so einzelne Videos auch. Oder zum Beispiel, ich habe mal mit Business Insider kam mal einen Artikel beispielsweise, da hat mir dann irgendwie über Nacht 500 neue Abonnenten auf einmal gebracht, ne? Und dann ist es ja auch immer so bei YouTube, je mehr Abonnenten du hast, desto mehr wird es ausgespielt, kriegst du wieder mehr Views, kriegst du wieder mehr Abonnenten. Und dann gibt es immer wieder auch so Phasen, wo es einfach so aussieht, als wäre es ganz leicht. Dann hast du in einem Monat irgendwie 20.000 Abonnenten dazu gewonnen. Und dann geht es aber auch Monate so, wo es mal nur 3.000 oder 4.000 sind oder so. Und genau, aber also insgesamt gab es jetzt nicht so ein virales Video, wo ich irgendwie so sehr schnell sehr viele Abonnenten oder so gewonnen habe. Ne, das gab es nie bei mir. Und das Thema Finanzeninvestments ist weiterhin für dich das Thema, dem du dich die nächsten Jahre widmen willst. Ja, definitiv. Ja, ja. Die nächsten Jahre werden auf jeden Fall im Zuge der Finanzen stehen. Das ist auf jeden Fall sicher. Und der Kolja bleibt aktienmäßig. Ja, ja. Das macht mir jetzt wirklich aktuell sehr viel Spaß, weil es immer so viele neue Entwicklungen gibt. Manchmal leider natürlich auch, wie man aktuell sieht, Entwicklungen, die nicht so schön sind, gesellschaftlich gesehen, und die auch heftige Herausforderungen dann wieder sind. Auch für so Marktteilnehmer, die dann mal merken, wie es ist, nach mehreren Jahren Bullenmarkt halt auch mal fallende Kurse zu sehen. Und da passiert halt immer irgendwas Neues, was irgendwie spannend ist. Und ohne das jetzt so auszudrücken, wie es vielleicht sich gerade angehört hat. Ja, aber dieses Spannende ist halt eben das, was einen beim Thema hält. Ja, und gleichzeitig, genau, macht es einfach auch Bock, sich mit den ganzen Leuten immer wieder auszutauschen und auch zu streiten. Ja, bin ich ganz ehrlich. Gut. Kolja, du bist nicht nur AMK, sondern auch einfach SMK und RMK. Genau. Willst du noch kurz über Reselling mit Kopf und Steuern mit Kopf erzählen? Du hast da das Mit-Kopf-Konzept ein bisschen so horizontal skaliert in spannende andere Bereiche, sag ich mal. Genau. Also meistens ist es so entstanden, dass man ja viele Leute kennenlernt, weil es ist ja sehr häufig so, da haben wir mit dem Kameramann gestern drüber gesprochen, wo er gesagt hat, in seinem Umfeld gibt es wenig Leute, die sich mit Aktien und Investments auseinandersetzen. Ja, und das ist bei sehr vielen Leuten, gerade in Deutschland, in Österreich wird es ähnlich sein so, die Geldanlage oder Investments oder Risiko überhaupt ist in unseren eher so römisch-katholisch geprägten Regionen nicht wirklich so ausgeprägt wie jetzt zum Beispiel in Amerika oder so. Und deswegen entsteht automatisch dieser, von den Menschen, die das aber lernen wollen, automatisch dieser Drang, andere Leute kennenzulernen, mit denen man so diese Werte teilt. Und das kann man online einfach perfekt, ja. Und deswegen ist es meistens so, dass ich dann angeschrieben werde von Leuten, die sagen, hey, wir machen jetzt Immobilien schon seit mehreren Jahren und wir gucken deine Videos und so und so entsteht eine Kooperation. Oder, wie bei Steuern mit Kopf beispielsweise, dass ich jemand sehe, den ich sehr spannend finde und der zum Beispiel irgendwo bei Facebook regelmäßig interessante Sachen über dieses Thema schreibt und ich sehe, der macht irgendwas mit Steuern und dann schreibe ich diese Person an und so entsteht dann so eine Kooperation, genau. Und prinzipiell das Business Model, also wie verdient ein YouTube-Producer ein YouTube-Kanal Geld? Willst du da vielleicht ein paar Möglichkeiten noch aufzeigen, falls jetzt junge Leute sagen, hey, ich habe schon einen YouTube-Kanal oder ich will selber einen machen, aber Angst haben, dass da vielleicht nie was dabei rausspringen könnte? Meistens sind das dann Opportunities am Weg, Collaborations mit Firmen oder wie verdient so ein YouTube-Producer so ein Kanal überhaupt Geld und wie kann das dann zum Business werden? Genau, also ein ganz schönes Beispiel dafür, kann man sich auch auf YouTube anschauen, ist der Logistik-Kanal. Von einem Freund von mir, dem Horst, der macht den Logistik-Kanal und der ist sehr schön gewachsen in den letzten Jahren und da kann man das wirklich sehr schön sehen. Also wie das funktioniert ist, dass man erstmal investiert, Zeit und Energie, um coole Videos zu machen, um einen Mehrwert zu bieten und versucht, viele Menschen zu erreichen. Und wenn man da den Fokus rauflegt, dann kommt danach das Thema Geld verdienen und so. Das sollte man immer machen und nicht den Fokus legen auf, wie kann ich damit irgendwie Geld verdienen, weil dann ist der Weg sehr mühsam und es kann sein, dass man früh aufgibt, weil am Anfang ist es auf YouTube so, dass man halt sehr wenig Geld nur damit erstmal verdient. Also vor 1000 Abonnenten sowieso fast nichts und dann auch nur eher schleppend. Das bedeutet, erst geht es eigentlich darum, überhaupt erstmal in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert zu bringen. Und dann sind die Möglichkeiten sehr vielfältig. Also du hast halt die direkte Werbung, die du vergütet bekommst von YouTube, durch das AdSense-Programm. Du kannst Affiliate-Kooperationen eingehen mit Firmen beispielsweise oder halt Product Placements, das ist auch mittlerweile eine sehr bekannte Form, wie man auf YouTube Geld verdienen kann. Oder du kannst natürlich deine eigenen Produkte halt eben auch dann nach und nach entwickeln, die halt eben genau zu dem passen, was du selber gut findest. Und das ist eigentlich so ein klassischer Unternehmerweg für einen YouTuber. Ein Freund von mir, der Julian Zietlow, ist da auch ein super Beispiel für. Du hast halt irgendwann eine große Menge an Menschen, die mit dir interagieren und du nutzt dann zum Beispiel irgendeinen Eiweiß-Protein-Pulver, was du irgendwie am besten findest und trotzdem denkst du dir irgendwann so, hm, irgendwie wäre es noch cooler, wenn ich alles kontrollieren könnte, welche Inhaltsstoffe da reinkommen, ja, und wie das Design ist und so. Also es ist wie auch so eine Selbstverwirklichung und dann hast du dein eigenes Fitnessprodukt auf einmal, ne. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, damit dein Geld zu verdienen, ja. Ja, ich denke, eine wichtige Message vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörer kann sein, dass wenn Geld die Motivation ist, man eh relativ früh enttäuscht umdrehen wird, weil halt am Anfang das Geld noch nicht so im Fokus steht. Ja. Meine Erfahrung mit PokerCode war, wir haben eine ziemlich große und starke Poker-Community gebaut, um einen Kurs, um einen Kurs von einem der besten Pokerspieler der Welt. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, was machen wir jetzt mit diesen Leuten, was machen wir mit der Community, was können wir ihnen noch anbieten? Und dann ist man kreativ und wie du gesagt hast, hundert Sachen funktionieren nicht, aber die eine große Sache verändert dann das Unternehmen oder das Projekt. Ja. Die Norm, wie zum Beispiel bei PokerCode dann eine Kooperation mit einer der größten Poker-Plattformen der Welt. Ja. Zum Beispiel, ja. Genau. Gut. Koller, wir haben jetzt viel über YouTube und deine unternehmerischen Aktivitäten geredet, über deine Community und über deine Leidenschaften. Ja. Gehen wir ein bisschen ins Private. Okay. Ich glaube, das, was die Leute als erstes von dir sehen, wenn sie dich googeln, wenn sie dich auf YouTube sehen, ist, bei dir scheint immer die Sonne. Du bist vor... Aber euch auch hier. Stimmt. Heute in Tirol auch. Ja. Du bist vor etlichen Jahren nach Mallorca gezogen. Ich glaube, damals mit deiner Ehefrau und Kind. Genau, ja. Möchtest du mal ein bisschen etwas davon erzählen? War das auch so dein rebellischer Trieb? Hey, scheiß aufs schlechte Wetter, ich geh nach Malle. Oder was war die Idee dahinter? Du lebst das Leben eines Expats. Ja. Du bist in Mallorca seit etlichen Jahren und fühlst dein Traumleben, sag ich mal. Genau. Ich habe 2011 mal irgendwann einen Urlaub gemacht im Sommer bei einem Kumpel, der zusammen mit seiner Mutter und Familie auf Mallorca gelebt hat. Und das war auch einer der entspanntesten Urlaube, kann man sagen. Und mir hat es so zugesagt, sich morgens einfach eine Shorts anzuziehen, ohne Socken, ohne Schuhe rumzulaufen den ganzen Tag, aus dem Haus zu gehen, mit dem Auto zum Strand zu fahren, den ein oder anderen Brokkoli zu rauchen und einfach in den Tag so reinzuleben mit diesem tollen Klima und mit den Menschen, die irgendwie alle gut drauf sind. Und dann habe ich halt so über ihn auch so ein paar Leute dort kennengelernt, also in einem Fitnessstudio, die halt dort auch so gearbeitet haben und dort leben und so. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, es muss ja irgendwie möglich sein, oder? Dass man, wenn die das können, dass man irgendwie das auch hinkriegt. Und dadurch, dass gleichzeitig genau in dieser Zeit ich auch mit diesen ganzen Fitnesssachen angefangen habe, habe ich mir dann auch irgendwann natürlich gedacht schon so, ey, Fitnessvideos so auf Mallorca oder so zu machen, muss doch noch viel cooler sein, ja, das ist doch mal was anderes so, ne? Und da war dann schon dieser Wunsch da, genau. Und dann aber, genau, also als dann mein Sohn Leon dazukam und so weiter, dann ist es erstmal wieder in den Hintergrund gerückt, weil dann waren wieder andere Sachen im Fokus und so und dann muss man ja erstmal auch was sich aufbannen, weil ich wollte nicht komplett blind einfach nur auswandern und dann irgendwie wieder zurück müssen. Oder ich habe mir halt gesagt so, nein, wenn wir da hingehen, dann bleiben wir da sozusagen, ne? Und genau, deswegen hat es dann bis Ende 2014 gedauert, bis dann die Auswanderung gekommen ist, genau. Hast du den Schritt jemals bereut? Ist es das Traumleben, das du dir vorgestellt hast? Ich meine, es wird schon Phasen geben, wo du lieber dort bist und ungern und gerne dort bist, aber... Ja, also ich muss wirklich zu 100 Prozent sagen jetzt, also mir gefällt es hier in Tirol sehr gut, mir gefällt, ich war auch schon in Madrid dieses Jahr, ich war in Wien, in Berlin bin ich ab und zu wieder meine Heimatstadt, aber jedes Mal, wenn der Flieger wieder auf Mallorca landet, ist so richtig Heimatsgefühl, als ob ich da irgendwie geboren wurde, ja? Also das habe ich nie bereut und ich habe auch in den nächsten, weiß was ich, wie vielen Jahren nicht vor, die Insel wieder zu verlassen, ja. Ja. Was macht der Kolja denn auf Mallorca, wenn er nicht gerade Investmentvideos und Content für die Community produziert? Schaffst du die Zeit zu finden, an den Strand zu gehen, trainierst du noch selber, was treibst du so? Ja, genau, morgens gleich ins Gym, das ist das Coole da, wo ich gerade mit Diana wohne, die kennst du ja auch. Boca Tussi, riesengroße Tiktokerin. Genau, ja. Kann man ruhig folgen, dem Chabo, dem Hund. Genau, ja, das ist die Frage beantwortet, also mit dem Hund geht es jeden Tag am Strand, zwar nicht immer ins Wasser und so, aber halt immer am Strand, klar, wir wohnen direkt am Strand, da ist alles fußläufig erreichbar, mir persönlich gefällt es da sehr gut, also es ist halt natürlich Magaluf, also es ist halt so der Ballermann der Briten, da ist halt natürlich im Sommer sehr viel los, aber ich finde es trotzdem cool, weil duales fußläufig erreichbar ist, das Fitnessstudio ist gleich um die Ecke. Tennis habe ich eine Weile gespielt, das habe ich jetzt leider in der Pandemie so ein bisschen schleifen lassen, weil es dann auch erstmal nicht erlaubt war und so und ansonsten muss ich aber schon so ein bisschen auch sagen, dass ich noch mehr eigentlich machen sollte und könnte auf der Insel, als ich es jetzt in den letzten Jahren gemacht habe und ich habe da so ein bisschen durch diese Pandemie ist halt so ein bisschen so ein Schlendrian privat reingekommen bei mir, dass man halt zum Beispiel nicht mehr so viel unternimmt, weil wir eigentlich so im Lockdown damals und in dieser crazy Börsenphase eigentlich rund um die Uhr gearbeitet haben und dann durch diese zunehmenden Lockdowns und diese ganzen Sachen ist man so ein bisschen inaktiv geworden, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Das ist so eine Scheinproduktivität, die sich einschleift, man arbeitet viel, aber ineffizient nimmt sich nicht die Zeit raus. Nein, das nicht, das ist top, aber genau was du meinst, dass man zum Beispiel halt dann sagt, wenn die Arbeit jetzt fertig ist, jetzt hocken wir uns nicht irgendwie einfach nur auf die Terrasse oder so, sondern, keine Ahnung, lassen wir eine Vespa mieten und noch irgendwie um die Insel fahren. Sowas machen wir zu selten eigentlich. Das könnte man noch besser, noch mehr machen einfach. Das sage ich ganz ehrlich, ja. Euer Hund Chabo ist ein riesengroßer Star, willst du noch mal sagen? Es gibt manche Leute, daran sieht man es immer, es gibt manche Leute, die ich treffe, die auf die Insel kommen zum Besuch und die kennen Mallorca dann irgendwie besser als ich und das kann er eigentlich nicht sein. Ja, stimmt, das ist absurd. Dein Hund Chabo ist ein riesengroßer TikTok-Star und Hunde spielen immer schon eine Rolle in deinem Leben. Das ist jetzt eine sehr private Frage, aber dein Gesicht zieht eine relativ große Narbe auf der linken Flanke. Willst du das kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie konntest du Frieden schließen mit Hunden, dass sie so eine große Rolle in deinem Leben spielen? Ja, eigentlich eine spannende Sache, genau, das sieht man ja auch im Video. Also, genau, ich wurde halt mit vier Jahren gebissen von einem Hund am Geburtstag meines Vaters. Also, war eine Scheißsituation, kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. War auch eine heftige OP danach. Also, das war echt, aber noch Glück im Unglück gehabt, es hat jetzt keine wichtigen Nerven oder irgendwie sowas getroffen. Das Auge. Ne, alles in Ordnung und so, aber das Ohr war halt so, sieht man auch noch so, das Ohr war halt so halb ab oder so. Ja, war scheiße, aber nee, ich habe dann zwar Angst gehabt eine Weile vor Hunden oder so, aber irgendwann denkst du dir halt einfach so, der Hund kann eigentlich meistens nichts dafür. Es ist einfach so die schlechte Erziehung oder halt irgendwie eine blöde Situation gewesen und da darfst du jetzt nicht die ganzen anderen Hunde verurteilen. Das ist so von der Philosophie her so ein bisschen wie bei Batman, der hat ja auch immer Angst vor Fledermäusen gehabt. Dann ist er irgendwann, glaube ich, mal in diese Höhle gefallen oder irgendwie war er in diese Höhle und da sind die ganzen Fledermäuse so um ihn rum. Und ich hatte das einmal irgendwo mit einem Schäferhund, der irgendwie auf mich zugerannt kam am See irgendwo. Da war ich, glaube ich, dann so acht oder neun und habe total angefangen zu schreien und zu kreischen. Und der Besitzer war aber echt cool und hat mir dann so erklärt, wie das ist mit den Hunden und dann mich so ein bisschen so da einfach so gebildet. Und dann habe ich den gestreichelt und so und dann hat es einfach alles gepasst und seitdem bin ich ein absoluter Hundemensch. Spannend. Wir beide kennen uns aus etlichen Kooperationen zwischen Aktien mit Kopf, Rieseling mit Kopf und Diana und PokerCode. Genau. Du pokerst irrsinnig gern. Wir sind gerade in Seefeld, spielen hier die Kassels-Austria-Turniere. Welche Rolle spielt Pokern in deinem Leben? Du warst letzte Woche in Madrid pokern. Erzähl mal ein bisschen über diesen Aspekt deines Lebens, der auch viel mit Risiko und Investments zu tun hat. Ja, ja. Pokern ist einfach nur geil. Vor allem Live-Pokern, Online-Pokern ist jetzt bei mir nicht mehr so irgendwie spannend. Aber Live-Pokern, weil man halt irgendwie so in so kurzer Zeit mit so komischen, teilweise lustigen, interessanten Menschen zusammen... Also das ist das Coole beim Pokern, oder? Du weißt erst mal am Anfang gar nicht, wer sitzt dir da eigentlich so gegenüber. Es kann irgendwie so der größte Asi sein, aber es kann halt eben auch ein zehnfacher Multimillionär oder was auch immer sein. Und das finde ich halt das Spannende, ja. Und gerade in Spanien, genau, da geht es halt eben ordentlich auch ab am Pokertisch. Und nee, aber Poker ist ein super Ausgleich, weil während wir in so einem Turnier jetzt gleich auch wieder so rumsitzen, ich weiß nicht, wie es da bei dir ist, aber ich blende da so alles andere aus. Auch wenn so in den Pandemiejahren und so oder andere Sachen, die sehr belastend teilweise sind, das kann man irgendwie beim Pokern so wunderbar einfach mal abschalten für so ein paar Stunden. Und deswegen macht es mir halt eben Spaß. Und so ein bisschen habe ich eben auch diese Spielernatur, dieses Zocken. Und da ist ja beim Aktienhandel und beim Investments und beim Unternehmertum immer so um Langfristigkeit geht, was mein absolutes Grundmantra ist. Sehr langfristig denken, ist es immer cool, so einen Ausgleich zu haben wie beim Pokern, wo du halt eben auch mal so ein schnelleres Ergebnis hast. Weißt du, was ich meine? Also sozusagen, du investierst irgendwie Summe X und ob du jetzt das Feedback bekommst, du kriegst einen geilen Return oder du hast alles weg, das hast du nicht nach ein paar Jahren, sondern das hast du halt eben nach ein paar Stunden. Und das finde ich halt irgendwie als Adam Tiver auch mal ganz cool. An der Stelle gratuliere zu deinem größten Poker-Ergebnis, das du letzte Woche in Mallorca eingefahren hast. 3600 Euro. Ach nee, das war nicht letzte Woche, das ist schon etwas länger her. Mallorca aber geht zum Glück bald auch wieder los, die Turniere. Cool, dann kommen wir mal rum. In Graz bin ich auch mal Dritter geworden, das war auch ein richtig cooles Turnier. Aber Pokern ist schon cool und wie man sieht, man lernt sich auch übers Pokern dann irgendwie kennen. Und auch die anderen Leute, die jetzt hier mit dabei sind, sind irgendwie alle irgendwie jetzt gar nicht so, wie man es... Also es ist ja genau wie auch mit anderen Sachen, so in der Gesellschaft allgemein herrscht sehr häufig ein ganz falsches Bild von einer Sache. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, sich immer eine eigene Meinung zu bilden und eine eigene Erfahrung. Aber ich habe jetzt hier noch so, ich kann jetzt natürlich nur für die Leute sprechen, die ich selber kenne. Aber, und es mag auch durchaus sein, dass es in jedem Casino bestimmt einen großen Anteil an Menschen gibt, die sich finanziell nicht im Griff haben und so. Aber alle Leute, die ich kennenlerne, die da auch gerne spielen, sind irgendwie jetzt nicht unbedingt, glaube ich, Leute, die irgendwie finanziell vor dem Ruin stehen oder so und sich nicht im Griff haben oder irgendwie den ganzen Tag nur noch irgendwie am Pokertisch rumhängen und so. Genau, also wir, vielleicht da noch dazu zu sagen, wir stehen oft einfach am Ende des Abends gemeinsam beim Biertrinken an der Bar und schauen den Jungs zu, die noch im Turnier sind. Fiebern mit und so. Genau, Fiebern mit und ich habe null Bedürfnis, da jetzt irgendwelche Glücksspieler zu verfolgen. Und ich glaube, das ist wichtig, um auch dieses Bild in der Gesellschaft ein bisschen zu formen. Ja. Da geht es nicht darum, dass man Haus und Hof verliert. Das gibt es schon auch, das ist ein Riesenproblem. Ja. Aber wenn man das smart angeht, kann es einfach nur ein cooles Hobby sein, dass eben so ein bisschen diese Spielernatur, dieses Zockertum, Risiko und Rondite und so weiter auch ein bisschen einfach nähert. So sehe ich es auch. Aber man muss eben trotzdem sagen, es ist natürlich etwas, wo man, wenn man nicht aufpasst, suchtgefährdet sein kann. Ja. Deswegen, wenn man das merkt, dass man das nicht in den Griff bekommt, dann sollte man halt eben auch, glaube ich, das sehr stark reduzieren oder vielleicht sogar aufhören damit. Genau. Also für mich ist das zum Beispiel jetzt auch nach mehreren Jahren so die Erkenntnis gewesen, dass ich halt einfach kein Cashgame-Spieler bin und es auch nie werde und es mir auch eigentlich keinen Spaß mehr macht. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch aufgehört, wenn ich irgendwie so wie neulich, wenn ich irgendwie vor euch irgendwie aus dem Turnier ausscheide hier, dass ich dann eben halt einfach irgendwie gucke, andere Leute haben mich irgendwie auch angequatscht wegen irgendwas, dann geht man irgendwie noch zusammen ein Trinken, statt dass ich jetzt irgendwie noch mich an den Cashgame-Tisch setze oder so, was mir eigentlich keinen Spaß macht, ja. Und das sind halt auch wichtige Sachen, sodass man weiß, okay, wenn das nicht für mich passt, dann lasse ich das, ja. Auch wenn ich jetzt gerade vom Trieb her irgendwie gerne spielen würde, ja. Die Disziplin ist ja in den Märkten auch wichtig, weil beim Traden und beim Investieren kann man auch in eine ziemliche Obsessivität und Sucht hineinraten. Absolut. Man schaut dann jede Zeit die Kurse an, versucht irgendwelche Spots zu finden. Overtradet auch, hat extrem viele Transaktionskosten dadurch und so weiter. Ja. Eigentlich das, was vielen dann ins eigene Fleisch schneidet und eben psychisch und mental irrsinnig belastbar sein kann, wenn man ständig diese Verluste und so weiter sich ansieht. Das ist genau das Gleiche, ja. Da würde ich aber schon den jungen Leuten trotzdem empfehlen, so früh wie möglich diese Emotionen kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob du mir widersprichst. Ich hatte zum Beispiel Ende 2017, als der Bitcoin bei 20.000 Dollar war, war ich bei 100.000 Dollar, die ich hatte in Kryptowährungen. Okay. Und ein, zwei Jahre später war ich auf 20.000 Dollar unten, weil der Markt halt gecrashed ist. Ja, komplett. Und diese Emotionen mal zu durchleben und in etwas Positives umzuwandeln und daraus lernen zu können, wie man mit sich selber da umgeht. Weil natürlich hätte ich sagen können, scheiße, ja, ich habe alles verloren, Kryptowährungen sehen mich nie wieder. Oder man kann sagen, hm, warum habe ich dieses Geld verloren? War vielleicht meine Risikoaffinität? Habe ich vielleicht mich verschätzt? Ja. Und was mache ich jetzt aus dieser Lernerfahrung, diese Marktzyklen mal so hautnah am eigenen Leib in so jungen Jahren schon miterlebt zu haben? Absolut, das sehe ich genauso. H genau so. Also ich habe jetzt seit Januar diesen Jahres, was jetzt noch keine lange Zeit ist, irgendwie 250.000 bis 300.000 Euro Verlust am Aktienmarkt insgesamt mit allen Depots oder so gemacht. Und diesen Verlust, der macht mir jetzt irgendwie großartig nicht viel aus und es macht mir manchmal Sorgen, dass es mir nichts ausmacht. Aber ich glaube, das liegt eben genau daran, dass ich, ich habe es eben auch schon erlebt, dass das Depot am Anfang ein paar hundert Euro im Minus ist und dann irgendwann mal ist es vierstellig auch mal im Minus, ja. Also, dass du halt ein paar tausend Euro verlierst und wenn du diese Erfahrungen nicht machst jeweils, dann wird es halt eben schwer, auch größere Verluste später mal auszuhalten. Das ist ja genau die Erklärung meiner Meinung nach dafür, warum eben Lottospieler so häufig damit nicht umgehen können und das Geld wieder komplett verzocken, weil sie halt eben dieses von null bis eine Million, diese Zwischenstufen, 10.000 Euro, 50.000 Euro, 100.000 Euro nie gemacht haben. Und wenn du sie aber hast, dann kannst du damit viel besser umgehen, ne? Und du merkst auch, das ist normal. Du machst halt nicht immer Rendite, ja. Ja, das ist wie ein Freund, der mir erzählt hat, er hat mit der Immo-Finanz 50.000 Euro verloren und er greift Aktien nie wieder an. Ja, genau. Aber ich habe mit 18, 19 begonnen, mir Gerd Kommer, Koller und so weiter zu lesen, die Videos anzusehen und habe dann die ersten 1.000 Euro investiert, dann waren es mal 10 und dann sind es mal 100. Ja, und dann werden aus den 100 auch mal wieder 50, wie im März 2020 oder vielleicht auch jetzt, wenn ein Krieg ausbricht. Ja. Und das ist irrsinnig wertvoll, weil dann schockt es dich auch nicht, wenn aus einer Million eine halbe wird oder aus 10 mal 3. Genau, weil du kennst das dann und weißt, dann hast du genug historische Beweise auch, dass es früher auch, dass es auch immer wieder dann irgendwann weiterging und nach oben ging und weiterging. Und genau so ist es halt, ja. Und vor allem auf persönlicher Ebene, ja. Und diese Emotionen zu genießen, zu kennenzulernen und als Mensch daran zu wachsen. Genau, ja, sehe ich genauso, ja. Ist halt nicht alles immer Sonnenschein. Ja, und in der Theorie hört es sich einfach an und in der Praxis ist es sehr hart. Man hat dann das Gefühl, in ein Rattenloch Geld zu werfen, wenn der Markt komplett am Boden ist. Genau. Und da muss man sich halt... Gutes Geld, schlechtem Geld hinterherwerfen. So ist es vom Gefühl. Es ist total kontraintuitiv und jetzt kommt bei YouTube auch noch das mit dazu. Also ich habe jetzt, wenn ich jetzt nach Hause komme, jetzt ist ja März und jetzt ist der Februar rum. Das war halt ein sehr schlechter Monat an den Märkten und da kann ich mich wieder auf einiges einstellen, wenn ich das Video dazu hochlade. Da kommt halt auf YouTube nochmal auf der anderen Seite auch sehr viel Gegenwind dann immer oder sehr viel Kritik dann, weil man halt in dem Monat irgendwie oder in dem Jahr nicht so gut abgeschnitten hat wie der Gesamtmarkt und so. Und das kommt dann eben auch noch dazu für jemand, der das öffentlich darstellt. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum es so wenig Leute machen. Also so über Verluste und so weiter zu sprechen. Und das ist auch so ein bisschen meine Kritik an der Gesellschaft, was das betrifft. So diese Scheinheiligkeit, da alle reden immer so von Failure Culture und du musst aufstehen, wenn du am Boden bist. Und dieses ganze Gesülze, weil eigentlich willst du das immer nur von jemandem hören, der selber erfolgreich ist. Aber wenn jemand dann tatsächlich am Boden liegt oder am Boden sogar bleibt, dann interessiert das die Gesellschaft nicht einen mehr. Du willst immer nur den hören oder den sehen, der gerade Rendite macht, der gerade Erfolg hat und so. Und wenn der dann darüber redet, über seine ganzen Failures von damals, dann ist das alles interessant, wenn der Gary V. auf der Bühne steht. Aber wo ist denn der, der auf dem Boden liegt, dieses ganze Silent Evidence, wo sind die denn, ja? Wo kriegen die ihre Achtung? Auf Friedhof, ja. Genau, wir haben gestern mit Marco Wagner über Skandale und auch Homosexualität geredet. Ich schreibe in meinem Buch auch viel über Finanzunternehmertum und auch Sex. Du brauchst auch eine dicke Haut, sage ich mal, weil du eben regelmäßig entweder Hasskommentare bekommst, auch Drohungen. Es kann sich ja mal einen Shitstorm geben, wenn eben eine Aktienempfehlung oder eine Analyse geschief geht. Wie gehst du damit um, so in der Öffentlichkeit zu sein, seit über 10 Jahren, fast 15 Jahren, von wildfremden Menschen aufs Diebste beleidigt zu werden? Wie geht man damit um und wie schützt man so sein Privatleben und seinen persönlichen Freundeskreis und die Leute, die man liebt, davor? Also irgendwie, ich weiß nicht warum, aber Drohungen, so richtig ernsthafte Bedrohungen habe ich noch nie bekommen. Und neulich hat mir bei Instagram irgendeiner geschrieben, er haut mir auf die Fresse, wenn er mal nach Mallorca kommt und so. Aber sonst ist da eigentlich keine große Drohung oder so. Aber Hasskommentare und Beleidigungen, sowas ist täglich Teil des Games. Und ich habe immer so diesen Spruch, don't go in the kitchen if you can't stand the heat. So, das ist eine wichtige Entscheidung, Sachen zu veröffentlichen, die man sich lange durch den Kopf gehen lassen sollte. Es ist nicht alles irgendwie so Influencer, tolles Leben und nichts tun und keine Arbeit, so wie es bei manchen auch rüberkommt, so, ja. Sondern es ist hart und es ist, du wirst halt für alles kritisiert, was du auch machst, zu Recht. Und wenn du das nicht aushältst und dieses Fell nicht entwickelst, dann bist du da falsch. Das ist eine ganz einfache Sache und dann sollte man das nicht machen, weil das ist dann zu anstrengend. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich habe da jetzt keine allumfassende oder allumspannende Strategie, wie ich damit umgehe. Es ist immer nach Tageslaune abhängig. Es kann sein, dass ich auf eine Beleidigung ein Herzchen ranmache an den Kommentar und sage so, hey, du bist der tollste Mensch der Welt und ich liebe dich und so. Oder es kann sein, dass ich sehr ironisch lustig antworte oder es kann sein, dass ich ihn einfach zurückbeleidige. Was übrigens immer sehr lustig ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres für einen Troll, als wenn man ihn zurück trollt. Das mögen die gar nicht, ja. Ein anderes Thema, das auch sehr privat ist, wo du auch ein dickes Fell benötigt hast in den letzten Jahren, was dich zusätzlich zu den Fluktuationen, zur Volatilität in den Märkten und der weltweiten Gesundheitskrise gefordert hat, ist deine Scheidung. Ja, ja. Möchtest du vielleicht hier ein paar Worte darüber erzählen, wie diese Zeit für dich war, warum das so unfassbar fordernd war? Wie bist du damit umgegangen? Du hast einen kleinen Sohn und deine Ex-Frau jetzt erfolgreich geschieden. Wir haben schon angestoßen darauf. Wie war das und wie geht es dir damit? Ja, das war tatsächlich eine sehr belastende private Situation über die letzten drei Jahre. Es hat sich also sehr, sehr, sehr lange hingezogen. Und zwar aufgrund der Komplexität dieser ganzen Sache. Also ich will jetzt gar nicht groß ins Detail gehen, aber da war halt eine gemeinsame Firma mit noch anderen Beteiligungen und so. Da war halt ein gemeinsames Vermögen. Da war halt, wie gesagt, das Kind. Da waren halt unterschiedliche dann so Teilwohnsitze und so weiter. Nach welchem Recht und so weiter. Welcher Anwalt mit welchem Notar. Und also da ging es halt sehr, sehr, sehr häufig immer hin und her. Und dann eben noch die Pandemie mit dazu hat das auch nochmal erschwert. Und ja, das war einfach, ich bin ganz ehrlich, das sage ich jetzt so zum ersten Mal. Es gab Momente, wo ich nicht noch daran geglaubt habe, dass es jemals irgendwann mal da vorangeht. Ich saß teilweise auch schon beim Notar in Mallorca mit dem Anwalt zusammen und wollten jetzt diese Firmen über deiner Mame machen und so weiter. Und dann sagt die Notarin einfach so, geht so durch und sagt, nee, ich unterschreibe das heute nicht. Und ich sitze dann auch so und fange fast an zu heulen in dem Moment. Und der Anwalt hat mich dann so richtig so, hat mich wirklich so am Arm, ja, wirklich. In dem Moment hat er es wirklich gemacht, weil ich war wirklich kurz vorm Heulen. Ich war wirklich kurz davor zu sagen, Alter, ich kann das nicht mehr, ja. Also das war echt hart. Das war ein jahrelanger Prozess und emotional und finanziell natürlich belastend. Jetzt ist das Ding durch. Jetzt ist es durch, zum Glück. Scheidung mit Kopf, das nächste Thema, wo wir einfach jungen Frauen und Männern helfen, Scheidungen smart abzuwickeln, weil da gibt es ja schon viel Verhandlungsstrategie, Smartness und vielleicht auch Vorbereitung, die man bei der Eheschließung, so unromantisch sie auch sein mögen, machen kann, um eben nicht, so wie du, drei Jahre zwischen Mallorca, Österreich und Deutschland leiden zu müssen. Also erstmal passt es überhaupt nicht zu dem Mit-Kopf-Thema, weil bei dem Mit-Kopf-Thema ist alles immer nur so Finanzbezug und Heiraten und Scheidung ist halt was sehr Persönliches, Privates, ja. Und aktuell, es ist halt auch so ein negatives Thema, was mich selber runterzieht und andere Menschen auch runterzieht. Ich glaube nicht, dass es ein Thema ist, wo ich, also ich höre gern die Storys von Leuten über ihre Investment-Erfolge und ja, auch über Misserfolge, mit denen man dann zusammen weiter wachsen kann, aber ich höre mir, glaube ich, nicht gerne jetzt die Scheidungs-Stories von anderen Leuten an, bin ich ganz ehrlich. Und das Einzige, was ich tun kann, ist, die Leute zu motivieren und zu sagen, du kommst da durch, weil, trust me, ich habe es auch erlebt. Und schlimmer oder komplexer als es bei mir war, war es, glaube ich, bei keinem, ja. Was man eben sagen kann, ist, dass man halt es trotzdem, wir geschafft haben, nicht uns gegenseitig an die Gurgel zu gehen und so und immer im Sinne des Kindes auch zu denken. Das ist halt immer der wichtigste Punkt, ja. Genau, ja, und dann kann man das abhaken und als Teil des Lebens und seiner Geschichte eben in die Memoiren mit aufnehmen. Und wer weiß, vielleicht schreibe ich irgendwann in 20 Jahren mal ein Buch über das Thema, ja. Aber es ist halt ein sehr, 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 kann man sagen, auch ein sehr, also es ist kein Thema, wo man sehr häufig in der Öffentlichkeit drüber redet, oder? Also, auch jetzt, es fühlt sich komplett komisch an, darüber zu reden in so einem Interview, weil man fühlt sich so ein bisschen unsicher, man weiß nicht, also, es ist gesellschaftlich nicht so wirklich so normiert, darüber zu reden irgendwie, wie die Scheidung abgelaufen ist und so, ja, und was hältst du davon und so weiter, weil es ist halt sehr privat noch bei den meisten Leuten und vielleicht ist es auch sogar besser so, keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Schreibt es uns gerne in die Kommentare, falls ein paar geschiedene Leute oder Leute, die gerade am sich scheiden sind, ist es ein Thema, das interessant ist, dass man gerne hört oder fühlt man sich eher unwohl und spult vor. Ich weiß es auch nicht, ja. Ich finde es persönlich total spannend, weil ich noch nicht verheiratet bin, hoffentlich bald. Liebe Grüße, Patrizia. Und, ja, das ist ein wichtiges Thema. Und wenn jetzt mir der Collier zum Beispiel sagt, hey Leute, macht mal klar die Gütertrennung und macht einen Ehevertrag vorher, wo ihr klipp und klar festlegt, und zwar im Idealfall mit drei Anwälten abgesegnet und notariell beglaubigt und in jedem denkbaren Wohnsitz und jedem Gerichtsstandort, dann ist das allein schon eine Empfehlung für junge Leute wie den Kevin und mich, die sicher gerne aus romantischen Gründen heiraten wollen, aber eben nicht dann drei Jahre leiden, das halbe Vermögen abgeben und ein bisschen den Krieg mit der Person, die man sehr geliebt hat, führen müssen. Also was ich jedenfalls weiß, ist, dass es viele Leute gibt, die das komplett fertig macht und die sehr viele lange Jahre daran zu zehren haben oder manchmal sogar nie wieder in ihrem Leben das verarbeiten. Das ist schon krass, aber ehrlicherweise, ich habe halt so viele positive, geile Themen, wo es um Wachstum geht und dieses Thema, das würde mich jetzt wirklich nicht begeistern, großartig zu behandeln. Verstehe ich. Du hast noch eine andere, kommen wir wieder zu etwas lustigeren, positiveren, du hast eine ganz witzige Arbeitsepisode, du warst Angestellter in einem Unternehmen in Berlin und hast eine lustige Arbeitsepisode noch in jungen Jahren gemacht. Ich weiß, worauf du anspürst. Die würden wir vielleicht noch gerne nachreichen, Kolja, um das Ganze nochmal aufzuheitern und um zu zeigen, der Kolja war nicht immer Unternehmer, nicht immer selbstständig und neben der Bundeswehr gab es auch noch ein anderes Kapitel, wo du, und Fitnessstudios und so weiter, du hast auch andere Dinge ausprobiert. Erzähl mal, wie diese sehr lustige und prägsame Zeit war. Also wahrscheinlich spielst du auf meine Arbeit in der Fabrik-Lounge an, damals in Berlin. Genau, ja, das war eine exklusive, wie soll man das nennen, ein exklusives Etablissement, wo sich halt einfach Pärchen getroffen haben zusammen und entweder miteinander oder auch mit anderen Pärchen Sex hatten. Und das ist jetzt auch wieder ein sehr spannendes Thema eigentlich, weil es auch in der Gesellschaft eher entweder mit Humor oder mit, wie soll ich sagen, mit Ekel, nicht mit Akzeptanz irgendwie großartig behandelt wird. Also es geht ja so um dieses Wort Zwingerclub, da hat man irgendwie so den Eindruck von irgendeinem verruchten Bahnhofsklub oder was auch immer. Aber dass es eben auch sehr luxuriös und so weiter aufgebaut sein kann und absolut human dort zugehen kann, das haben halt einfach viele Leute auch wiederum nicht auf dem Schirm, weil sie es halt selber nie irgendwie wirklich ausprobiert haben. Und das kam, so wie vieles in meinem Leben, durch absoluten Zufall zustande. Ja, ich hatte damals noch Haare und hatte einen Friseur, der dort Geschäftsführer geworden ist und der meinte so, ja, hast du nicht Lust da mit mir irgendwie so ein bisschen zu arbeiten an der Bar und ein paar Sachen da zu machen und so. Und ja, es war eine interessante Zeit und gehört eben auch zum Leben dazu, ja. Genau, und du warst da ein Jahr, du warst vom Barkeeper bis zum Kameramann für diverse Swinger-Videos und Filme. Genau. Hast du alles erlebt und das war auch eine spannende Zeit und eben du hast gesehen, okay, das sind ganz normale Leute, so wie du und ich, die halt ihre sexuellen Triebe und Leidenschaften so ausleben wollen und was ist da dabei, oder? Ja, es ist auf jeden Fall eine Sache, die man sagen kann, ist, dass es halt eine sehr respektvolle Sache ist. Also die meisten Pärchen dort waren aus meiner Erfahrung dort, um so ein bisschen diesen Thrill zu haben, gesehen zu werden von anderen, während sie mit ihrem eigenen Partner Sex haben. Also es war jetzt gar nicht so, klar, das gab es natürlich auch, aber es war jetzt gar nicht so, wie man sich das irgendwie vorstellt, so ein Rudel an wildfremden Menschen fallen alle übereinander her, so. Also das habe ich eigentlich selten dort erlebt. Meistens ist es halt eher so, dass halt so ein Pärchen irgendwie einfach ein bisschen vielleicht mit anderen sich kennenlernen will und so, aber dann einfach trotzdem gar nichts zwischen denen läuft und so. Also ich habe persönlich sehr gerne Sex in der Öffentlichkeit, sage ich ganz ehrlich. Ich finde es spannend, ja, auch in der Natur, wunderschön, wenn die Sonne scheint. Und es nicht zu kalt ist, ja? Ja, die geht dann weg, die Kälte, ist überraschend, geht auch im Schnee, aber da geht es auch vielleicht gar nicht darum, so gesehen zu werden, sondern einfach sich frei zu fühlen und etwas so Natürliches, das eigentlich die Menschheit ergründet und auch für immer hoffentlich weiter bestehen lässt, um zu leben, so wie man das halt will. Ja, ich meine, solange man halt nicht irgendwie das, was ich halt nicht mag, ist, wenn man das irgendwie so ein bisschen, es gibt auch auf Mallorca so eine Szene, ich habe zum Glück da jetzt kein Kontakt, großartig, aber da weiß ich halt zum Beispiel so, dass dann irgendwie es nicht unbedingt eine Swinger-Party zu Hause geben muss, wenn irgendwie noch die Kinder irgendwie oben im Schlafzimmer sind. Ich finde, das ist dann halt so eine Grenze zum Beispiel, die ich finde, gar nicht geht. Da kann man dann wohl irgendwie, keine Ahnung, sich eine Babysitterin holen und dann irgendwo anders hingehen. Und also meine Sache ist es zum Beispiel nicht, aber jeder, wie er will, solange nicht jemand anders auf die Nerven geht damit und du keine Wanderer erschreckst. Weiß ich nicht, ob das schon passiert ist. Sie haben nicht lautstark aufgeschrieben. Wir haben jetzt über viele sehr spannende Themen aus deinem und unserem Leben geredet. Eingestelltenlum, Selbstständigkeit, Unternehmertum, Finanzen, Investments, Sex und Liebe auch in gewisser Natur, gewisser Natur im wahrsten Sinne des Wortes, gibt es jetzt noch ein Thema, das dir fehlt, das du vielleicht unseren Zuhörer und Lesern noch mitgeben willst? Oder sagst du, hey, kontaktiert mich auf Facebook, Twitter, Instagram, wenn euch was interessiert, schreibt es mich an, ich bin da. Gibt es da noch was, was sonst diesen Podcast unvollständig machen lässt? Ansonsten gehen wir nämlich weiter in der Agenda. Ja, also eigentlich, ich finde, man sollte die heutige Zeit nutzen und viel herum experimentieren, was so unternehmerische Sachen und so weiter angeht. Weil wir haben einen unfassbaren Vorteil in der heutigen Zeit. Durch das Internet und durch viele andere Sachen stehen wir ja auf den Schultern von Giganten, die das alles für uns aufgebaut haben. Die ganzen Strukturen und Straßen und Systeme, die haben sie ja teilweise durch viel Leid erkämpft. Und aufgebaut. Und das können wir alles jetzt quasi nutzen. Und haben sehr wenig Risiken im Vergleich zu den Menschen vor uns früher. Und deswegen, ich finde, man sollte so ein bisschen mehr experimentieren und Sachen austesten und mehr Mut haben und mehr Risiko eingehen. Und das ist so meine Message, ja. Das heißt, deine Empfehlung an die Jugend, Leidenschaften und Hobbys identifizieren, die Spaß machen. Den herkömmlichen Weg, unsere gesellschaftlichen Standards, Ideale ein bisschen ignorieren. Oder halt links liegen lassen, sein eigenes Ding machen. Ja, und einfach machen. Rausfinden. Du hast immer gemacht, Kolbe. Genau, genau. Auch wenn man gerade nicht weiß, was man tun soll im Leben. Nicht in der Ecke sitzen und nichts machen, sondern okay, dann findest du halt raus. Ich habe irgendein cooles Video oder irgendwas mal gesehen von einer jungen Dame, die irgendwie hundert verschiedene Nebenjobs in zwei oder drei Monaten gemacht hat. Oder irgendein Experiment. Das fand ich geil. Die waren dann irgendwo bei einem Imker, in einer Winzerei und so. Und das ist es. Da findest du raus, was dir Spaß macht. Genau. Und nicht durch rumsitzen und nichts tun. Oder immer alles bis in den letzten Krümel ausdiskutieren. Da sind wir Deutschen ja wahrer Weltmeister auch. Genau. Und wenn man immer in der Theorie hängen bleibt und nie in die Umsetzung kommt, dann redet man eigentlich auch von Sachen, von denen man keine Ahnung hat. Ja. Würde ich sagen. Und nicht ausprobiert hat, mit denen man dann auch nicht klarkommt, wenn man sie mal erlebt. Eben wie Märkte, die extrem crashen, Ideen, die man umsetzt, ein Produkt, das man baut, mit Programmierern gemeinsam, mit Freunden ein Netzwerk sich aufbaut, coolen Content macht und so weiter. Genau. Und halt eben macht man eben auch Fehler. Und für die darf man kritisiert werden und so. Und dann sollte man sagen, ja, das ist mir passiert, aber es muss nicht meinen Lebensweg definieren, was ich für Fehlentscheidungen getroffen habe. Und dafür sollte man sich auch nicht rechtfertigen, finde ich. An der Stelle Konfuzius, ein Fehler ist nur ein Fehler, den man wiederholt. Oder ein Fehler ist nur ein Fehler, wenn man ihn wiederholt. Ja. Fehler einmal machen, daraus lernen, abhaken, munter pischen. Ich glaube, das sagt Gus Fring auch bei Breaking Bad. Never make the same mistake twice. Wahrscheinlich aus einem anderen Kontext, aber genau. Cool. Kolja, der Kevin hat dich noch um Buchempfehlungen gebeten. Buchempfehlungen? Ja, hast du so ein paar fünf bis zehn Titel in der Alpha, vielleicht auch nur drei? Oder welche, die wir auch nachreichen können dann an die jungen Leute, an die Zuhörer, Leser, was dürfen sie aus deinen Buchempfehlungen sich gönnen? Boah, da gibt es natürlich sehr viel, aber ein super Buch, was ich gelesen habe damals, war Influence von Bob Cialdini. Das ist auf jeden Fall für jeden Unternehmer, selbstständigen, interessierten Menschen, ganz, ganz absolutes Basic-Buch. Wie man Freunde gewinnt, ist ein Scheißtitel, aber ist ein geiles Buch. How to win friends and influence people von Dale Carnegie, glaube ich. Flow finde ich sehr interessant. Da geht es halt so um optimal experience und so, wie du im Endeffekt auch Herausforderungen so ein bisschen aufbauen kannst, wie ein Computerspiel programmiert ist, dass du halt immer dranbleibst. Und so, weil die folgen immer einem bestimmten Prinzip, so dieses Level Up. Du kommst ein Level weiter, du kriegst mehr Fähigkeiten und du hast aber auch schwierige Herausforderungen. Und das erzeugt diesen Flow-Zustand und der sorgt dafür, dass du eben nicht nur extrinsisch motiviert bist durch Sachen, dass du sagst, ich mache das jetzt, damit ich irgendwann in der Zukunft einen Vorteil bekomme, sondern du machst das jetzt, weil du es machen willst. Ja, das ist auch ein sehr gutes Buch. Und dann gibt es noch viele andere. Kann ich dir noch gerne eine Liste schreiben, dann kannst du die verlinken. Zwei haben wir natürlich noch vergessen, Kolja. Der rationale Kapitalist. Ja, gut, das kann ich nicht mehr sagen. Nikolaus Barkhorn. Ja, gut. Und The Book I Wish I Had. Genau, das habe ich noch nicht gelesen, das muss ich auch noch lesen. Dankeschön. Dann musst du noch warten, bis du es mir gibst. Oder ich es mir kaufe, ja. Klar. Perfekt. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle von unseren Zusehern auf Dreisat. Ihr geht, wie wir seit gestern, von Marco Wissen rüber zum Wetter. Das soll fantastisch sein die nächsten Tage. Schaut es euch trotzdem an. Grüße an die Kollegen im Studio. Und ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen Wordrap, oder? Okay. Passt. Das sage ich jedes Mal dazu, so ein kleiner Disclaimer. Der Wordrap ist eher deep, aber sag trotzdem gern einfach das, was du dir denkst, Kolja. Ja, aber so möglichst schnell, ne? Ja, eher schnell, aus dem Bauch heraus. Ein, zwei Sätze, so was kommt. Und es funktioniert natürlich nur, wenn ich ihn finde. Cut, 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 cut. Geht. Sehr gut. Bereit? Ja. Also es geht... Bereit. Philosophisch, dann Beruf, Geld und dann Sex und Leben. Ach du Scheiße. Gut. Prinzipien und Werte. Meine oder was? Was fällt dir dazu ein zu den zwei Wörtern? Prinzipien und Werte. Nimm deine Ziele ernst, aber nicht dich selbst. Glück und Zufriedenheit? Ist ein bisschen überbewertet, weil man muss auch lernen, Glück zu empfinden, während man unglücklich ist. Und als Akzeptieren auch mal unglücklich zu sein, es gehört dazu. Zwischenmenschlichkeit und das persönliche Umfeld bedeuten für dich? Schon sehr viel. Vor allem, dass man Menschen nur dann hilft, wenn sie sich nicht selbst weiterhelfen können. Gehen wir rüber zu Erfolg, Beruf und Geld. Finanzielle Intelligenz ist? Finanzielle Intelligenz ist dein Kontostand. Nichts anderes. Weder dein Beruf noch was du weißt, alles. Finanzielle Intelligenz entscheidet sich am Kontostand. Cash counts. So ist es, oder? Ich würde eher ein bisschen widersprechen, beziehungsweise das Ausbauern. Ist doch das Coole daran. Aber spannendes Statement. Erfolg bedeutet für mich? Die zunehmende Verwirklichung eines Ziels, laut Earl Nightingale. Anerkennung ist für mich? Anerkennung ist, wenn jemand dir eine richtig, wirklich... Anerkennung ist, wenn jemand mir einen Brief schreibt, handgeschrieben, mit mehreren Seiten, wo er eine richtig krasse Story zu berichten hat, wie ich durch irgendein Video, was er irgendwann vor drei oder vier Jahren gesehen hat, er wirklich eine fundamentale Veränderung in seinem Leben gemacht hat. Das ist für mich Anerkennung, ja. Liebe Grüße an der Stelle, oder? An viele, viele Leute, die mir solche Briefe schenken und das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe ja so einen Ordner mir erstellt, wo ich die alle reinmache. Was andere, willst du noch was sagen? Ja, damit ich das mal irgendwann vielleicht irgendwelchen Enkelkindern zeigen kann, die mir sowas nie wieder geglaubt hätten, wenn ich denen sage, ja. Schön. Da sind wir eh schon mal im coolen Thema. Was andere von mir halten? Ja, also, ist wichtig, muss man schon sagen. Also, man kann ja immer sagen, mach, was du willst. Und es ist nicht so wichtig, was andere sagen, aber, ja. Die Leute, die einem selber wichtig sind, bei denen sollte es einem auch wichtig sein, was die von einem halten, finde ich. Einsatz oder Talent, oder beides? Puh. Auf jeden Fall mehr Einsatz insgesamt als Talent. Talent ist jetzt, also, hängt natürlich extrem von dem ab, was du machst. Fußball und so, ich würde mal sagen, beides. Aber ohne Talent kannst du so viel Einsatz haben, wie du willst. Bringst du im Fußball wahrscheinlich nicht. Aber in anderen Bereichen kannst du da schon sehr viel mehr bringen, auch wenn du jetzt nicht so talentiert bist. Fußball. Generalismus oder Spezialismus? Willst du eher spezielle Fähigkeiten haben, Leute, die eine Sache gut können, oder ist dir das Allroundertum spannender und sympathischer? Ja. Generalismus. Von allem, was können, ist auch cool. Unternehmertum, Selbstständigkeit oder Angestelltsein? Unternehmertum, ja. Lernen und Lehren bedeutet für mich? Lernen und Lehren bedeutet für mich, sich Sachen anzueignen, die man dann später umsetzt und man merkt, dass es was bringt. Also zum Beispiel eine Sprache lernen und dann irgendwie in Madrid, in der U-Bahn, einer Spanierin erklären in ihrer Sprache, wie sie zum Flughafen kommt. Das bedeutet für mich Lernen. Da habe ich mal ein Statement irgendwo gelesen, ich glaube von einem bekannten Boxtrainer oder so, der empfohlen hat, immer eine Person zu haben, an der man überlegen ist, eine Person zu haben, an der man unterlegen ist und eine Person hat, die circa gleich gut ist wie man selbst, um in alle Richtungen quasi zu wachsen. Ja, wow, krasses Statement. Investieren oder sparen? Investieren. Verraten. Eine gute Bewerbung? Eine gute Bewerbung. Wie sieht die aus? Boah. Einfach zeigen, ehrlich zeigen, was man kann und was man nicht kann, würde ich sagen. Liebe bedeutet für mich? Liebe bedeutet, dass man mit einem anderen Menschen zusammen mehr Freude hat als allein. Soziale Arbeit, ein Thema, das wir noch gar nicht hatten, finde ich generell richtig gut. Alles, was irgendwie produktiv anderen Menschen hilft, ist geil. Zu helfen und füreinander da zu sein, du hast es jetzt schon vorweggenommen. Ja, was soll ich jetzt sagen, ist scheiße oder? Ist geil. Sex bedeutet für mich? Eine Erfüllung, die man nicht missen möchte. Ist der Mensch monogam oder polygam? Kann man nicht pauschalisieren. Ich glaube, für manche Leute passt es mehr so, für andere mehr so. Ich bin nicht polygam veranlagt, zum Beispiel. Ich bin da eher konservativ, was das angeht. Aber andere Leute sehen das ganz anders und ich glaube, das ist halt so ein klassisches Thema, was man nicht pauschalisieren kann. Cool. An der Stelle, ich glaube im Namen von allen, die das sehen, die das lesen, die das hören, danke Kolja. Ich danke auch für die Einladung. Dass du ein geiler Typ bist. Und dass wir jetzt noch unseren Poker-Turnier schnappen, ein paar Minuten in die Sonne gehen. Genau. Für deine Zeit. Ein cooles Wochenende gemeinsam und ein richtig schönes Gespräch. Ja. Ich danke auch. Danke dir.